Mai 2022 ist ein bisschen spät. Was ist das hier? Alles im Bett zusammen. Gott ist... Grüß Gott, I don't know what. Das ist Jim, unser Freund aus Florida. Wann warst du zuletzt hier? Ja, das ist YouTube. Ja, 2019. 2019. Ja, ja, ja. Das ist mein Problem mit den Leuten in Frankreich. Remember? Mit der Fall, der Robbery. Drei Personen aus Nordafrika. Und ich war allein mit meinen drei Gepäcken. Im Metro, in Paris. Und eins, zwei, drei Personen. Das ist einfach. Erst. Es ist einfach. Und so, wir kommen. Wir haben eine Warte. Meine Hände sind nicht so gut. Dann kommen wir hier. Ohne Geld. Ohne Geld, ja. Ohne Geld ist sehr wichtig. Nicht Geld. So. Bei Jenny habe ich, ich denke, 2 oder 200 Euro. Jenny gibt mir 200 Euro. Und der nächste Tag bei dir wird zusammen im Konto. So. You know? Und Money, mit dem Geld aus dem USA kommen, mal einen Tag, ja. 1.000 Euro vielleicht bei mir. So ist es sehr gut. So, ich kann mein Zimmer kaufen. Ja, 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 ja. Sehr schwer. So. Jetzt, ich weiß nicht, wenn es ist ein Problem für mich mit den Ausländern, mit den Personen in Deutschland, aber kommst du aus Nordafrika, oder kommst du aus Syrien, oder Iran. I don't know. You know. Jede Person ist selber. Aber für mich habe ich drei Probleme. Und alles die Probleme ist mit den 4 Zonen aus Nordafrika. 2014. 2019. Und im USA in Orlando. 2012. 2021. Let's see. Laudron. Thief. I don't know what the word is. In Spanisch. Laudron. No. 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 Na. Nes. Bist Regen. Ja. Jetzt. Komm her. Wie lange haben wir hier noch? Wie lange haben wir hier noch? Oh, zum Himmel. Ja. Oh, ja, ja. Das ist was du. Ja. Ja, ja. So, fertig ab 15. Na. Wir erwarten nicht jemanden. Oh. Warum sitzen bis 8 Uhr? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Enjoying life. Ja, ja. Es kann regnen. Und ich bin glücklich hier. Ich bin glücklich hier. Es ist nicht die USA. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wenn es hier ist, dauert es länger als 5 Minuten dauert. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Wenn ich hier kam, und wir verletzten die Basis. Und Stefan sagt, Jim, wenn du kommst, es wird regnen. Und ich bin hier zwei Tage. Und ich weiß nicht, es wird regnen. Hi. Oh, danke. Du bist so willkommen. Prost. Prost. Du hast ein neues Auto? Den haben wir schon lange. Aber er kennt es noch nicht. Aber er kennt es noch nicht. Let's see here in 2019. Ja, ja. Der alte, der war durch. Habe ich ein Auto auch jetzt? Habe ich gesagt? Hat Ralf gesagt. Du hast jetzt auch ein Auto in Deutschland. Ja, das ist ein Fiat. Fiat. Und kostet, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es vergessen. Es ist 2021. Mit 37 Kilometern. Ui. Ja, das machen die gerne. Kurz mal anmelden. Damit sie geht als Vorführwagen. Stefan hat gesagt, zwischen 8.500 Euro und 10.000 Euro. Das ist das Ziel. So. Wenn am Morgen Abend, Stefan hat gesagt, dass wir zusammen im Auto hier bleiben wollen, wo kann ich parken? Wie lange soll der Wagen da sein? Drei Monate. Drei Monate. Es ist, es ist meine. Ja, ja, ich weiß. Du wirst es für drei Monate parken. Oh, da. Da ist ein Parkplatz. Ja, auf der Straße. Ja, ja, ja. Oder hier. Das ist kein Problem für mich. Es ist nicht nötig für eine Karte. Parkkarte. Nein, nein. Die blaue Karte mit dem P. Nein, das ist nicht nötig für mich. Und mein Name, oder? Nein, das ist nicht nötig für mich. Nein, das ist nicht nötig für mich. Übernacht, dann ist es gut. Ja, den haben wir im September drei Jahre. Oh, drei Jahre. Aber Gebrauch gekauft, ne? Ja. Und wir sind sehr zufrieden, ne? Aber ein guter Essen. Ja, es ist ein anderer BMW, ja? Ja. Ja. Ja, es ist größer oder schon? Größer, größer. Ja, ja, ja. Acht Zylinder, 420 PS. Und jetzt Benzin ist mit. Ja, 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 ja. Das merken wir. Und es ist, äh, drei Euro acht? Zwei Euro, zwei Euro fünfzehn. Zwei Euro fünfzehn. Für einen Liter. Ja. Ja, Wein ist günstiger. Ja. Ja. Ich hatte schon gesagt, ob man den umbauen kann, dass man da Wein reinkippt. Ja, ich weiß. Ich weiß, alles ist mehr günstiger. Ja, ja. Aber man kann nicht auf dem Auto mit Wein fahren. Hm? Nee, nee. Ja, nee. Aber du gehst in Kostel oder in Goslar? Meistens in Kostel. Ja, in Kostel. Ist Lehrer. Ja. Goslar ist zu voll. Die geh ich nicht gerne. Ja, ja. Da unten ist Marktkauf. Ja, ja. Und die alle ohne Maske da drin. Ja, ja, ja. Und die Schlangen so lange. Ja, ja, ja. Sehr schwer, ja, ja. Nee, nee. Ähm. Ja. Ja. So für mich. Ähm. Ich geh dann Kostel für, ähm. Laundry. Laundry. Laundry, ja. Und, äh. Haschnit. Und, äh. Nice, äh. Six pack of water. You know. Und, äh. Und, äh. For laundry? Ja. Ja. Aber hier noch unterhausen. Ja. But you can let it wash here. No, I do it up there. I do it here. No, it's safe. It's too much work. It's okay. Driving to Klaus Sattelafett. Why? We have everything in the house. Because I don't want to go with the people. I think it's best to be alone. It's no problem. It's an offer. Think about it. I'll think about it. I'm okay. So this is the camera, huh? Yes. Yes. This is YouTube. A video auch? Or a photo? A photo. A photo. Can't alls. Have you seen our YouTube channel? But yes. Yes, yes, yes. When you first told me. Yes. Yeah. Yeah. And I said, look. I'm looking. And the first one for me took me way up by the big hotel. The, not the four yellow side. Way in the back there where everything is empty. There's no person there. You know, it's very big. And I walk in. But it's winter. So it's a lot of snow. And I go, ah, so. Yeah, I know. And then, in the woods, in the middle. And then here, in the... Yeah. There are a lot of small walls. Yeah, yeah. It's really pretty. Sehr, sehr schön. Yeah. 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 And longer. So it's two or three hours. The video. For a video. For a video. For a video. For a video. We made a video. For a long time, we have a little short video. Meanwhile, we have more than 300. It's. No, no. Videos. Video. Oh, 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 yeah. Yeah, no. So I had, I saw it and then I checked. I liked. I liked it. Thank you very much. And then you wrote back. Ja, danke zu ihm. Ja, das ist okay, ja. Das ist sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann Pandemik. So, but thanks of Pandemik, we started this YouTube channel. Because we had time. But you thought of it? Or someone said? No. It was our idea. Who? It was our idea. Your idea, good. Yeah, yeah. But I know, Marian, I know that many, many German people have come to me on holiday back to the hearts. Yeah. Because they don't want to go anywhere else. Why they come places without the mask, but they feel safer in Germany than they do in Frankreich, or Italien, or Österreich, or Niederlande. I know, they tell me, I hear them. Good idea. Yeah. They tell me. They would rather be in Germany than in another state. Good for us? Yes, yes, it's very good for you. I know I want it. That's what I want. Yeah. That's what I want. And now, the numbers, the numbers, the numbers of Covid, the USA is up. Oh, wow. More. More. Yeah. 35.000. But we have 360 million people. Or we have 102 million people in the house. Who knows where, right? You are a lot of people in the United States, and North Korea has already started. Yeah, yeah, I have seen it. We were all the time protected and now we are on the list. Yeah, yeah. The title they wrote is Covid-19 problem for Kim Il-sung. Fine by me. It's not so bad. Let it stay there. Oh, yeah, that's it. That's our camera up on the roof. Oh, nice. We have two live streams on our channel. You should take a look again. Yes, I can see here, that's here. Yeah, here the Poststraße. Yeah. And now she waits for 15 seconds, and then she continues to move on. And under here is the other hotel with the people from the Netherlands. Yeah. Yeah. She's going to see it here. Look how they are flying. Oh, yeah. 128-fache Vergrößerung. Wow. 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 Und nachts ist es mit infrarot. Das kann man auch bei gosla.de unter Webcams aufrufen und bei harnklee.de auch unter Webcams. Ja, und hier die Tower ist nur für Vodafone oder andere? Für alle. Alles. AT&T und Verizon. Genau, das Internet. YouTube einfach, unser Kanal und gleich Livestream. Hier siehst du, da schwenkst du schön rüber jetzt über harnklee. Ja, ist nice. Und dieses Video kannst du auf deiner Webseite? Nee, auf der Webseite. YouTube nur. Oh, es ist live. Es ist live. Es ist auf YouTube. Es ist auf harnklee.de. Es ist auf gosla.de. Es ist auf weather.com. Aber wenn du auf deine Webseite, Black America, da ist ein Link? Nein. So, wie finden die Leute Black America? Von alleine. Was? Von alleine. Okay. Übrigens, ich hab die jetzt anders eingestellt, weil das Thema aus ist, es ist ja auch HD. Mhm. Die war ja nur auf 7.20 dpi. Ja? Jetzt auf HD umgestellt. So, wenn der Wetter ist gut, normal, Kaffee ist geöffnet? Ab 12 Uhr? Und wann? Ja. Ja? Ja. Was? Das habe ich in zwei Tagen viele Leute gesehen und hier kommen und es ist geschlossen, aber es ist nur halb zehn, you know, im Morgen, so, ja, ja, I know, but I think the cafe will is for Frühstück, oder was, the Tisch, and, you know, and the chairs, so, okay. So, ähm, letzter Abend, ich gehe zu Fuß im Hallen gleich, nur Touristen, und auf der Straße gesehen viele Appellate. Äh, was ist das hier, so, hab ich, hier, näher, näher, so, und ich komme, um die Ecke, hier, und die, äh, Abendbäder, große Abendbäder, hier bei den California Park, rot, oh, geöffnet, ah, I put all the garbage in there, all the garbage in there, ah, scheiße, die Niederlande ist da hier, und ich will ein anderes Problem haben, aber wenn wir das in Österreich haben, was ist das neben der, äh, 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 Este und die ste und hier 멝�고 anmelde, äh, 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 ehe, äh, 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 sonst haben wir neue Ich weiß nicht. Wir sitzen hier in meinem Jahr. Oh, Boiler ist nicht. Olli? Oh, ein Boiler. Ein Boiler. Es ist seit drei Jahren gesendet. Der Chip ist bettvoll. Fröder hat seinen Affen wieder gelegt, bei Gas kommen. Oh, haben sie ihn jetzt doch weich geklopft. Ich glaube, das braucht es auch nicht mehr, das versteht jeder. Der Chip ist auf rot, also irgendwann ist dann das Bild weg. Guck mal hier, Böllchen freut sich, dass Jim wieder da ist. Nein, der erinnert sich an ihn. Tja, jetzt hat er was gemacht. Jetzt hast du was gemacht. Von drei Jahren ist ein bisschen vorne jetzt. Ja, hatte ich nicht vergessen. Ja, ja, Katzen und Hunde. So haben wir jetzt, ja, die Sommerfest im Park. Ende Juli. Genau, das letzte Wochenende im Juli. Und Covid ist nicht dein Ich. Kein Problem mehr. Also, natürlich ist Covid noch vorhanden. Aber die Maßnahmen sind eingestellt worden. Da war doch jetzt Walpurgis und ich war die einzige Person mit Maske. Ja, ja. Ralf war auch mal da am Nachmittag. Und nur wir beiden hatten Maske. Ich habe ja niemanden gesehen, der Maske getragen hat. Und da waren viele Menschen. Bisschen gefährlich, finde ich. Ja, und dann als die Musik spielte, alle eng an eng. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Das ist warum wir haben viele Probleme. Im Ausland, in der Spring Break. Freuling. Um. 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 gestern Abend, wo es ein Ogel konzert, 19.30 Uhr. War schön? Nein, das erste ist Regnen, es hat nicht zu viele Personen und dann in Tordech ist viele Leute, Touristen, ohne Maske und so, der Chef hier in der Kirche hat gesagt, ohne Maske ist eine andere. Gut? Ja. Sonntags, wenn um 10 Uhr die Glocken läuten, hier noch einen Termin, da sage ich immer Corona-Messe. Oh, Corona-Messe. Bomben. Ja, ja. 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 Jetzt gibt es Corona. Ich hab den da, ne? Ich glaub ich kann das... Ich hab den da, ne? Ja... Ja, ja, ja... Mh, mh, mh... Mh, mh... Mh, mh... Ja, danke... Okay, ich danke für mein Wasser. Schön, danke für deine Zeit. Ich danke für Ihren Besuch. Ja, danke für deinen Besuch. Na ja, super. Und... Ich bringe's, put the song in. Mh, mh, isn't it mine? No, no, it's mine. Ja, it's not mine. Oh, mine. Okay. Do you need... ...my passport copy? A copy for my passport, right? Do you need it here? Oh, what should I? No? Okay. It's okay. It's okay. And then... For the, uh... The government. They don't ask... The government. Yeah, 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 yes. But not now. Okay? Later, when I'm in. And then this? The Covid? Yes, but later, when I'm in. No, no, I don't... This is not necessary anymore. It's not necessary anymore. Oh. Bin ich bei dem ersten? Okay. So. So. Here is... Jim Pelosi photo by the army. Here is my driver's sign. By Florida. And here is Jim Pelosi 2008. When Obama, Merkel, the president said. I. Oh, ho, ho. Jim Pelosi by the army. Mmh. Echter. Cool. Jim Pelosi by the driver's sign. Echter. Mmh, cool. Und then, wenn ich bei NASA, ich muss... Ah, zweimal jede Woche bei Boeing. Sehr große, äh... Eris Voice Company. Arbeiten. So ich kann mal, gibst mir bitte ein... Schein, okay? Schein. Das ist mein Foto. Nope. Ha, 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 ha. 2008. Wenn ich war im Büro, hab ich gesagt, der nächste Präsident ist Barack Obama. Oh, das ist nur Mai oder Juni. Ne, Obama. Ja. Ich war im Boeing. Und ich muss meine Foto haben. Wenn ich wohin im Büro hab ich gesagt. Wohin gehen Sie? Er sagt, ich gehe bei, äh, Engineering. Mit wer? Äh. Latisha Jones. Ich habe eine Treffer-Meeting mit Latisha Jones. Latisha Jones, okay. Alright. Und die Name ist... Ich bin Jim Pelosi, okay. Aber das ist Latisha Jones, nicht Jim Pelosi, right? So. Der auch. Und ich gehe nach einer Person. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin Jim Pelosi. Wo ist Latisha Jones? Und eine andere Person im Security. Oh, gehst du hier um die Ecke und den Lex... Das ist gar nicht dein Foto da drauf. Ja, ja. Der Foto ist dann nicht möglich. Aber... Eine andere Person. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin hier. Und ich möchte mit... Ich habe hier ein Treffer mit Latisha Jones. So. Wo ist das? Oh, die muss hier geradeaus gehen. Nein, nein, nein. Die zweite... Wow. Ist das Foto von deiner Frau da drauf? Nein, keine Person. Keine Person. Die Name und die Foto. Das ist nicht Jim Pelosi. Das ist... Okay. It is. It is. It is. It is. Zehn Jahre mit NASA ist genug. Ich bin hier. Dann ist es noch. Ich bin hier. In der Zeitung. Ingyllte ich mich gerade. Ich bin hier in der Zeitung. Ich bin hier für meine Koppel. Ich bin hier. Okay... Tschüss. Das ist schön. Tja. Ja, okay. Okay. And then here. Ta-da. Ja. 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 Okay. Später. Until later. Bye-bye. Bye-bye. Ja. Ja. Das ist unser Freund aus Florida, Jim.